Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zum zweiten Kapitel von schicksalhafter Halloween-Party von Genesis Crisis. Konntet ihr das Perring erraten? Heute werdet ihr es rausfinden. Ein kleiner Disclaimer vorneweg. Dieses zweite Kapitel enthält Szenen, die sehr explizit sind. Und wie immer muss ich das für YouTube rausschneiden, aber es wird alles auf Spotify zu finden sein. Also, wenn ihr gerne die expliziten Szenen hören wollt, dann hört sie gerne dort nach. Schicksalhafter Halloween-Party, Kapitel 2, Schicksal Erst jetzt drehte sich Harry um, um das Zimmer in Augenschein zu nehmen, doch er erschrak, als er sah, dass kein Geringerer als Sarah Snape in dem Sessel vor dem Kamin saß. Der Scytherin hatte ein Glas Feuerwiski in der Hand, doch sein durchdringender Blick ruhte fragend auf Harry. Was genau machst du in meinem Zimmer, Potter? Fragte der Tränkemeister langsam. Ich, setzte Harry zögernd an, aber wie immer, wenn sie sich begegneten, hatte er das Gefühl, dass sein Gehirn plötzlich wie leergefegt war und er sich wie der letzte Trottel benahm. Was war nochmal Snaps Frage gewesen? Das ist wirklich dein Zimmer? Fragte Harry stattdessen überrascht. Du wohnst hier? Snape zog ein Augenbrauch hoch. Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass ich heimlich hier bei den Mervoys wohnen würde, oder? Ich habe selbstverständlich mein eigenes Zuhause, aber als Stammgast habe ich hier schon seit vielen Jahren mein eigenes Zimmer. Immerhin bin ich ein enger Freund der Familie und Dracos Patenonkel, falls du das vergessen haben solltest. Ähm, natürlich, sagte Harry beschämt und kam sich reichlich dämlich vor. Wie von selbst wanderte Harrys Blick automatisiert durch den Raum und er versuchte, so viel wie möglich in Augenschein zu nehmen. Da waren viele Bücher. Natürlich. Snape schien davon nahezu so besessen zu sein wie Hermine. Sie stapelten sich nicht nur im Regal und auf dem Schreibtisch, sondern auch auf dem Nachtschrank neben dem Bett. Sein Blick blieb an dem Bett hängen. Ein großes Himmelbett mit rotem Bettbezug, das unglaublich gemütlich aussah. Für einen Moment fragte sich Harry, wie es sich wohl anfühlen würde, darin zu schlafen, oder mit Snape gemeinsam dort andere Dinge zu tun. Er schüttelte den Kopf, um die Gedanken loszuwerden. Das war nun wirklich kein angemessener Gedanke, wenn man einem Legilimentiker gegenüberstand. Warum guckst du so dumm? fragte Snape gereizt. Überrascht es dich tatsächlich, dass ich ein Bett zum Schlafen habe und nicht von der Decke hänge oder in einem Sarg schlafe? Nein, natürlich nicht, verteidigte sich Harry empört. Ich bin nur überrascht, dass deine Bettwäsche rot ist. Ich dachte immer, dass du schwarz oder höchstens noch grüne haben würdest. Es sieht nur gemütlicher aus, als ich dachte. Snape starrte ihn ungläubig an. Du hast über meine Bettwäsche nachgedacht? fragte er misstrauisch und Harry spürte, wie sein Gesicht rot wurde. Natürlich hatte er darüber nachgedacht und auch über so einige andere Sachen, aber das würde er sicher nicht so einfach zugeben. Er brauchte irgendeine Ausrede, aber ihm wollte partout nichts einfallen. Warum fiel es ihm immer nur so schwer, sich zu konzentrieren, sobald Snape mit ihm im gleichen Raum war? Statt Snapes Frage zu beantworten, blickte er sich weiter im Zimmer um und als er den Kleiderschrank zu seiner Rechten sah, klappte Harry der Mund auf. Du, du? stammelte er überrascht mit dem Blick auf den dunklen Festumhang, der sauber auf einem Bügel aufgehängt an der Tür des Schrankes hing. Harry deutete unnötigerweise auf seine eigene festliche Garnitur und sagte aufgeregt, ich bin es, wir haben vor allem miteinander getanzt. Snape schnaupte, was für eine Überraschung, sagte der Slytherin sarkastisch. Ganz ehrlich, du hättest die Maske auch weglassen können. Ich meine, selbst wenn man dich nicht sowieso an deiner Statur und deinem Gang eindeutig erkennen könnte, verrät dich doch spätestens dein Verhalten eindeutig. Harry verschränkte trotzig die Arme. Es hat gereicht, um einen ganzen Saal voller Menschen zu täuschen. Dass nur dich nicht blieb ungesagt, war es doch auch so beiden klar. Ich hatte nur einen Moment meine Zweifel, weil ich etwas unglaubwürdig fand, dass du plötzlich ein so guter Tänzer geworden sein solltest. Aber ich kenne deine Magie nur zu gut. Also gab es keine andere Möglichkeit, als dass es sich um dich handeln musste, gab der Slytherin zurück. Harry war nicht sicher, ob das eine Beleidigung oder ein Kompliment gewesen war. Vermutlich eher beides. Er entschied einfach, es als Kompliment zu sehen. Danke, Draco hat mir das Tanzen vorher beigebracht. Spannend, dass du meine Magie fühlen konntest, das können nicht viele. Wo mich das vermutlich bei dir nicht überraschen sollte. Ich hatte zwar deine Magie nicht erkannt, aber ich konnte sie auch deutlich fühlen. Und sie hat sich ziemlich gut angefühlt. Offenbaute Harry leichtfertig. Snape starrte ihn durchdringend an. Du solltest aufpassen, was du sagst. Solche Äußerungen können leicht missverstanden werden. Etwa als Anmachspruch? Fragte Harry frech. Der Slytherin knifft die Augen zusammen. Du weißt doch, was man über Menschen sagt, deren Magie harmonisiert. Und das willst du doch sicher nicht andeuten. Harry runzelte verwirrt die Stirn. Hatte Hermine jemals etwas über harmonisierende Magie erzählt? Selbst wenn, dann hat er es offenbar wieder vergessen. Bis jetzt war das Thema auch nie wirklich relevant gewesen, weil es kaum Leute gab, deren Magie erfüllen konnte und noch weniger Design-Magie fühlen sollte. Was sagt man denn über solche Menschen? Fragte Harry aufrichtig interessiert und rechtfertigte sich sogleich. Du weißt, ich bin bei meinen Muggelverwandten aufgewachsen und mir fehlt dadurch bis heute noch so manches Wissen, was in Zaubererfamilien quasi nebenbei vermittelt wird. Snap wandte den Blick von ihm ab. Ach, es ist eh nur albern und im Grunde genommen auch Unfug, weil die meisten zu wenig Magie haben, als dass sie überhaupt für andere fühlbar wäre oder sie von den anderen fühlen könnten. Aber in alten Quellen wird trotzdem immer mal wieder gerne behauptet, dass diejenigen, deren Magie im Einklang ist, vom Schicksal füreinander bestimmt wären. Schicksal Harry musste unwillkürlich an die Worte von Trelawney denken und schluckte. Snape und er vom Schicksal füreinander bestimmt? Das würde erklären, warum alle seine bisherigen Versuche, mit jemand anderem eine Beziehung aufzubauen, schon nach kürzester Zeit gescheitert waren. Er dachte schon, dass es an ihm lag und er einfach nicht beziehungsfähig wäre, aber offensichtlich hatte er seinen optimalen Partner schon die ganze Zeit gekannt. Er konnte nicht abstreiten, dass er Snape schon seit langem attraktiv fand. Und selbst als sie beide hinter Masken versteckt waren, hatte er gefühlt, dass da eine gewisse Chemie zwischen ihnen war. Harry hatte den Tränkemeister sogar beinahe geküsst und der Slytherin hätte es vermutlich zugelassen. Und wenn er so darüber nachdachte, dann hatte Snape doch mit ihm getanzt, obwohl er ihn erkannt hatte. Ganz zu schweigen davon, dass er zugegeben hatte, dass es für ihn kein Problem war, dass Harry männlich war. Das bedeutete doch eindeutig, dass Harry eine Chance bei dem Mann hatte. Genial! Snape seufzte, als Harry so lange nichts gesagt hatte. Du solltest wieder zurück zur Party gehen. Deine Anwesenheit wird sicher von unseren Gastgebern als unverzichtbar angesehen. Versuchte der Slytherin ihn wieder wegzuschicken. Harry verzog das Gesicht. Ich finde, ich hab von der Party mehr als genug für einen Abend erduldet. Außerdem, so wie ich sie kenne, bin ich mir sicher, dass die Mehrfrau es auch erwarten würden, dass du dich nicht die ganze Zeit auf deinem Zimmer versteckst. Wenn ich also zurückgehen würde und Lysches Bescheid sage, dann wirst du dich garantiert auch wieder der Meute aussetzen müssen. Drohst du mir etwa? fragte Slytherin ungläubig. Harry grinst und antwortete neckend. Ach, ich bewundere deinen scharfen Verstand. Aber zum Glück bin ich dazu bereit, mich von dir überzeugen zu lassen, dass ich dich nicht verraten sollte und du den Rest der Party ersparen kannst. Wie? knurrte Snape skeptisch. Hm, sagte Harry, als ob er erst darüber nachdenken musste. Ich denke, indem wir da weitermachen, wo wir vorhin unterbrochen würden. Snapes Augenbrauen wanderten überrascht nach oben. Meinst du das ernst? Absolut, antwortete Harry und näherte sich langsam dem Slytherin. Wenn ich gewusst hätte, dass du unter der Masse steckst, dann hätte ich nicht zugelassen, dass Ginny uns stört. Aber so konnte ich ja nicht wissen, ob ich nicht aus Versehen irgendeinem gefährlichen Todesser vor mir habe. Harry blieb grinsend vor Snapes Essel stehen und hielt ihm auffordernd die Hand hin. Der Slytherin musterte ihn einige Augenblicke lang, dann legte er tatsächlich seine Hand in Harrys und ließ sich hochziehen. So, dass sie direkt voreinander standen. Kaum, dass sich ihre Finger berührt hatten, führte Harry wieder dieses angenehme Gefühl von Snapes Magie, die sich mit seiner verbannt. Du solltest nicht den Fehler machen und annehmen, dass ich dir nicht gefährlich werden könnte, sagte der Slytherin leise und in seinen Augen schien ein Feuer zu brennen, das Harrys Herz noch schneller schlagen ließ. Keine Sorge, ich weiß schon länger, dass ich eine Schwäche für dich habe, gab Harry flüstern zu, ohne dabei ihren intensiven Blickkontakt zu unterbrechen. Snape hob seine Hand und strich langsam mit seinen Fingern über Harrys Wange. Die Magie des Slytherins hinterließ eine prickelnde Spur, dort, wo die Finger die Haut berührt hatten, und Harry lehnte sich intuitiv der Berührung entgegen. Nach einem letzten prüfenden Blick in Harrys Augen überbrückte Snape die letzten Zentimeter, die sie trennten, und senkte seine Lippen auf die des Gryffindors. Es war nur eine ganz vorsichtige Berührung, doch ihre Magie verstärkte das grandiose Gefühl um ein Vielfaches. Es war geradezu berauschend, und Harry legte seine Hände in Snapes Nacken, um ihn näher an sich zu ziehen, als er den Kuss gierig vertiefte. Es war, als hätte ihre Magie nur darauf gewartet. Harry hatte zwar die Augen geschlossen, aber er meinte fühlen zu können, wie ihre Magie sie umhüllte und freudig um sie herumtanzte, während er seine Zunge spielerisch um die des Slytherins kreisen ließ. Es war wundervoll, erfüllend und zugleich doch einfach nicht genug. Harry wollte mehr Körperkontakt. Brauchte mehr. Seine Hände wanderten fahrig über den Körper von Snape, bis sie einen Weg unter seinen Pullover fanden. Dem Slytherin schien es eh nicht zu gehen, denn auch seine Finger blieben nicht untätig, sondern öffneten präzise die Knöpfe an der Weste seines Festanzugs. Nachdem Snape auch die Knöpfe seines Hemdes vollständig geöffnet hatte und seine Hände ungehintert, über Harrys nackte Bruststrichen, trat er Harry, sich den Pullover des Slytherins nach oben zu schieben und ihn schießt, sich ganz auszuziehen, wozu sie ihre Küsse unterbrechen mussten. Obwohl es nur ein Bruchteil einer Sekunde war, fühlte es sich für Harry schon zu lange an. Snape strich Harrys Kleidung von seinen Schultern, sodass sie beide mit komplett freiem Oberkörper dastanden. Wie magnetisch angezogen, drängte sich Harry an Snape und genoss den Körperkontakt von Haut auf Haut, der dadurch entstand. Fühlte sich fantastisch an, und als er sich noch näher an den anderen presste, musste er aufstöhnen, als er die harte Länge des Tränkemeisters deutlich fühlen konnte. Doch so nah, wie sie sich waren, konnte auch der Slytherin unmöglich nicht bemerken, wie erregt Harry bereits war. Snape löste sich mit etwas Mühe von Harry und hielt sein Gesicht, während er ihn begierig ansah. »Bist du dir sicher, Harry, dass es das ist, was du willst?« fragte er Slytherin leicht atemlos, und Harry verstand, dass der Tränkemeister ihm eine letzte Chance geben wollte, bevor sie zu weit gehen würde. Doch der Gryffindor brauchte diese Chance nicht. »Ich bin mir sicher,« erwiderte Harry daher hastig. »Es fühlt sich so gut an. Verdammt, Severus, ich glaube, nichts in meinem Leben hat sich je richtiger angefühlt als das hier. Zur Bestätigung seiner Worte legte Harry seine Hand auf Snapes Herz und ließ absichtlich einen kleinen Impuls seiner Magie in den Körper des Anderen fließen. Er stöhnte und Harry wusste, dass sich seine Magie für den Anderen offenbar genauso unbeschreiblich anfühlte wie umgekehrt. Im nächsten Moment hatte der Slytherin ihn schon zu seinem Bett gezogen, und Harry ließ sich lachend darauf fallen, nur um kurz darauf von dem Körper des Größeren bedeckt zu werden. Amüsiert registrierte Harry, dass er recht gehabt hatte. Das Bett war genauso gemütlich, wie er gedacht hatte, und jetzt würde er auch herausfinden, wie es sich anfühlte, wenn er mit Snape hier seinen Spaß hatte. Der pure Körperkontakt zwischen ihnen fühlte sich einfach zu gut an, und so dauerte es nicht lange, bis sie sich gegenseitig komplett ausgezogen hatten. Harry wusste, dass der Slytherin ihn mühelos in den Wahnsinn treiben können würde, hatte er doch eine viel höhere Selbstbeherrschung als der Gryffindor. Aber jedes Mal, wenn Harry protestieren wollte, dass Snape doch schneller oder wenigstens irgendwas mehr machen sollte, machte ihn der Slytherin effektiv mit einem weiteren Kuss zum Schweigen. Jede Bewegung und Berührung fühlte sich dank ihrer Magie noch viel intensiver an, aber trotzdem hatte Harry das Gefühl, dass es noch nicht genug war, dass er noch viel mehr brauchte. Schließlich reichte es Harry, und mit einer schnellen Bewegung drehte er ihre Positionen um, sodass er über dem Slytherin war, und er hielt seinen Kopf gerade so außerhalb der Reichweite von Snapes verlockenden Lippen. Er setzte sich mit Absicht so hin, dass er die ganze harte Länge Slytherins unter sich spüren konnte und sagte anklagend, »Es gefällt dir wohl, mich zu verhutern!«, während er sein Becken langsam vor- und zurückschob. Snape legte die Arme um Harry und zog ihm zu einem sinnlichen Kuss hinunter. Dann anfängte er mit seiner wunderbaren samtigen Stimme, »Und es gefiel mir einfach so gut, dich endlich unter mir zu haben, dass ich es gerne so lange wie möglich genießen wollte.« Harry küsste den Slytherin unter ihm zur Antwort besonders hingebungsvoll, konnte er dieses Gefühl doch nur allzu gut nachvollziehen, wenn seine Sinne und ihre Magie vehement nach mehr und schneller verlangten. Aber er war sich sicher, dass sie später für langsamen Sex noch mehr als genug Zeit haben würden, wenn es nach ihm gehen würde. »Es hat sich auch sehr gut angefühlt, aber ich werde wahnsinnig, wenn ich dich nicht endlich bald in mir spüren kann, weißt du?« »Also, hast du hier irgendwas zum Vorbereiten?«, fragte Harry und sah zum Nachttisch, indem er ein entsprechendes Hilfsmittel vermutete. Snape schmunzelte amüsiert und ergriff seinen Zauberstab. »So ungeduldig wie du bist, sollten wir wohl lieber einen Zauber dafür nutzen. Umidulatius.« Harry biss sich auf die Lippen, als er das vertraute Gefühl des Vorbereitungstauber fühlte. Es fühlte sich großartig an. Mehr als großartig. Fantastisch. Vollkommen. Ihre Magie schien genau auf diese Verbundenheit gewartet zu haben, und es fühlte sich so an, als ob die Magieströme völlig ungehindert zwischen ihnen hin und her fließen würden. Völlig unabhängig davon, wessen Magie welche war. Es war eine Perfektion, wie Harry sie noch nie erlebt hatte, als er sich endlich anfing, auf Snape zu bewegen und seine Erregung sich mit seinen anderen Empfindungen mischte. Harry senkte seine Lippen wieder auf die des Slytherins und Christine langsam und gefühlvoll, jetzt wo er das Gefühl hatte, genau dort zu sein, wo er wollte. Die Anspannung verließ Harry und er bekam kaum mit, wie Snape sie beide wieder herumdrehte, sodass er den Gryffindor wieder unter sich hatte. Harry mochte diese Position, vor allem jetzt, wo Snape ihn wieder und wieder mit langsamen, lustvollen Stößen penetrierte. Er fühlte sich so wohl, so geborgen und gleichzeitig so begehrt. War eine berauschende Mischung aus Gefühlen, und es fühlte sich so viel besser an, sich Snape hinzugeben, als er es sich vorgestellt hatte. Besser, als er es sich je hätte vorstellen können. Harry sah hinauf in das Gesicht des Tränkemeisters in die schwarzen Augen, die ihn intensiv zu mustern schienen, und ein Lächeln huschte über das Gesicht des Gryffindors. Du bist wunderschön, blösterte Harry. Snape schnaubte ungläubig und schüttelte leicht den Kopf. Doch bist du, stand Harry stirnrunzelnd auf seiner Meinung. Harry, sagte Snape in einem Tonfall, der irgendwo zwischen einer Warnung und einer Bitte lag. Ein gequälter Ausdruck trat auf Snapes Gesicht, den der Gryffindor nicht akzeptieren wollte. Für mich bist du wunderschön, bekräftigte Harry entschieden. Ich liebe es, dich anzusehen. Ich könnte dich stundenlang ansehen. Er strich mit seinen Fingern über Snapes Gesicht und durch seine Haare, woraufhin der Cithrin genießerisch die Augen schloss und die Geschwindigkeit seiner Stöße wurden schneller, ebenso wie seine Atmung. Und ich bin froh, dass du derjenige warst, mit dem ich heute getanzt habe. Du bist der einzige Grund, warum ich froh bin, überhaupt heute hierhergekommen zu sein, gestand der Gryffindor und bekam dafür einen Kuss, der so intensiv war, dass er nur mit Mühe seinen Orgasmus aufweiten konnte. Harry grinste zufrieden. Besser hätte der Abend nicht enden können. Snape zog sich schließlich vorsichtig von ihm zurück und ließ sich neben Harry aufs Bett fallen. Harry drehte den Kopf und sah den Cithrin an. Das war brillant. Snapes Mundwinkel zuckten. Das war Irrsinn, antwortete er. Harry lachte. Anderen Komplimenten musst du noch arbeiten, sagte der Gryffindor gespielt tadelnd und streckte sich, nachdem er einen Reinigungszauber verwendet hatte. Du willst sicher gleich gehen, oder? fragte Snape angespannt. Harry runzelte die Stirn und fragte sich, was der andere wohl von ihm erwartete. Fühlte sich viel zu wohl, als dass er hätte gehen wollen. Außerdem war für ihn eindeutig klar, dass das hier unmöglich nur eine einmalige Angelegenheit bleiben konnte. Besser, wenn er gleich klar machte, dass er nicht vorhatte zu gehen. Weißt du, ich glaube, wenn das Schicksal mich hier haben will, dann habe ich wohl kaum eine andere Wahl, als genau hier zu bleiben, antwortete Harry daher grinsend und kuschelte sich an den Cithrin. Snape schnaubte amüsiert, aber legte einen Arm um den Gryffindor, um ihn näher zu sich zu ziehen. Die Berührung fühlte sich nun ganz anders an, als noch am frühen Abend. Harry konnte zwar noch immer die Magie des Anderen fühlen, doch nun fühlte sie sich viel ruhiger und eher wie warme, seichte Wellen an, nicht wie ein aufgepeitschtes Meer im Sturm. Harry kuschelte sich näher an den Tränkemeister und zog die Decke über sie beide. Ich hoffe sehr, dass du nicht erwartest, dass das etwas Einmaliges war, sagte Harry leise. Er fühlte, wie er einen Kuss auf den Hand hat. Ich finde es eher schön, offiziell mit jemandem. Antwortete Snape schließlich, und der Gryffindor fühlte eine starke Welle der Zuneigung in sich auffallen. Würde sicher gehen, dass Snape mindestens genauso viel von ihren Treffen profitieren würde, wie er selbst. Dann wirst du dich wohl an meine Anwesenheit gewöhnen müssen, sagte Harry und drückte einen Kuss auf Snapes nackte Brust. Die Hand des Sutherans fand ihren Weg in Harrys Haare, und als die Finger sanft über seine Kopfhaut strichen, dauerte es nicht lange, bis Harry eingeschlafen war. Als Harry am nächsten Morgen aufwachte, brachte er einen Moment, bis er verstand, wo er war. Sein Gesicht war in den langen, schwarzen Haaren von Snape vergraben, und Harry atmete den ganz eigenen Duft des Mannes tief ein. Er hatte sich wohl im Schlaf an den Rücken des Sutherans gekuschelt und einen Arm um dessen Taille geschlungen. Harry setzte sanfte Küsse auf die Haut des Mannes vor ihm, und beachtete darauf, dass sie so federleicht waren, dass er den anderen nicht wecken würde. Er küsste ihn in den Nacken und ein wenig weiter hinunter zum Rücken und hielt inne, als er ein Tattoo bemerkte. Er hatte nicht gewusst, dass Snape mehr Tattoos als das dunkle Mal auf seiner Haut druckt. Näher hinten, zwischen den Schulterblättern, fand er auch eine ungewöhnliche Platzwahl. Er wunderte sich etwas, als ihm das Tattoo gestern gar nicht aufgefallen war. Er legte den Kopf schief und betrachte das kleine, matt-goldene, glänzende Motiv. Es waren mehrere verschlungene Linien. Es sah fast aus wie ein Buchstabe, wie ein verschnörkeltes Haar, dessen Mittellinie ein geschwungenes S war. Harry kloppte der Mund auf. Was, wenn ihm das Tattoo gestern nicht aufgefallen war, weil es noch gar nicht da gewesen war. Oh shit! Snape würde so sauer auf ihn sein, wenn seine Vermutung stimmen sollte. Harry schelte sich vorsichtig aus dem Bett und verschwand im angrenzenden Bart. Er fand einen Handspiegel und stellte sich damit vor den Badezimmerspiegel, sodass er das Symbol auf seinem Rücken betrachten konnte. Und tatsächlich, da war das gleiche Symbol zwischen seinen Schulterblättern. Was hatte das wohl zu bedeuten? Bei einem Moment war Harry tatsächlich versucht, Snape zu verschweigen, aber selbst wenn Snape das Mal bei sich selbst nicht bemerken würde, dann würde er es doch spätestens an Harry sehen, wenn sie sich weitertreffen würden. Und wenn der Mann direkte Fragen stellen würde, dann würde Harry nicht anlügen. Aber er würde sicher nicht deswegen darauf verzichten, das mit Snape fortzusetzen, was sie angefangen hatten. Er schluckte und ging mit heftigem Herzklopfen wieder zurück in Snapes Zimmer. Der Sutheran war bereits aufgewacht, saß auf dem Rand des Bettes und sah Harry überrascht an, als dieser aus dem Bad kam. Harry musste sich beherrschen, nicht mit den Augen zu rollen. Hatte Snape etwa gedacht, dass er einfach abgehauen wäre, ohne sich zu verabschieden? Ich muss dir was sagen, verkünderte Harry mit ernster Stimme. Snapes Augenbrauen zogen sich zusammen und er fragte scharf, was? Harry ging noch näher zum Bett, dann drehte er sich um und hockte sich hin, sodass sein neues Tattoo deutlich sichtbar für Snape war. Du hast das Gleiche? Informierte er den anderen nervös. Oh. War alles, was Snape dazu zu sagen hatte. Harry wartete noch einige Sekunden, dann drehte er sich um und fragte perplex. Oh? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Was meinst du, was das ist? Es dauerte einige Momente, bis Snape darauf antwortete. Es sieht aus wie ein Bindungszeichen. Harry klappte der Mund auf. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir vermutlich gebunden sind, seit oder besser gesagt Dank letzter Nacht. Erläuterte Snape in sachlichem Ton. Gebunden? fragte Harry überrascht, sowohl von der Tatsache selbst als auch Snapes ausbleibende Reaktion darauf. Warte, sag mal, wusstest du, dass das passieren kann? Snape sah weg. Wie gesagt, es gibt hauptsächlich Berichte in älteren Quellen, und die schmecken gerne mal etwas aus, sodass man nicht wirklich weiß, was davon realistisch ist und was Fiktion. Ha, du wusstest davon, sagte Harry lachend. Snape sah ihn verwundert an. Du findest das lustig? Ich freue mich nur, dass du mir nicht die Schuld daran geben kannst. Du wusstest, dass das passieren kann, aber hast trotzdem mit mir geschlafen, von daher kannst du mir absolut keine Vorwürfe machen, sagte Harry grinsend. Stört es dich denn gar nicht, dass du ungeplant schüchtern den Snape? Ich finde es eher schön, offiziell zu jemandem zu gehören. Obwohl ich dieser jemand bin, fragte Snape zweifelnd. Harry setzte sich auf den Schoß des Slytherins und gab ihm einen Kuss und sagte, ganz besonders, weil du es bist. Ich meinte ernst, was ich gestern Abend gesagt habe. Alles. Ich meine, klar ist es ein wenig schnell, aber wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre es sowieso früher oder später darauf hinaus gelaufen. Snape küsste den Gryffindor und zog ihn näher an sich heran, aber als Harry versuchte, den Slytherin wieder nach hinten aufs Bett zu drücken, stoppte dieser ihn. So gerne ich mich auch wieder mit dir ins Bett legen würde, war es doch deine Entscheidung, hier zu schlafen. Und bei den Malfoys zu übernachten bedeutet, dass man morgens pünktlich am Frühstückstisch sitzen muss und wir haben nur noch fünf Minuten, erklärt ihm Snape suffisant. Harry zog einen schmalen Mund, aber erhob sich von Snape, damit sie sich anziehen konnten. Der Harry nur den Festanzug vom letzten Tag da hatte, musste er sich ans bald wieder. Harry war ein wenig nervös, als sie zum Frühstück hinuntergingen und betrat schüchtern nach Snape den Raum. Alle anderen saßen bereits am Tisch und hoben den Blick, als sie eintraten. Nein, rief Ginny ungläubig. Ha, ich habe es euch doch gesagt, sagte Draco selbstgefällig. Guten Morgen, begrüßte sie Narzissa und Lucius mit einem Lächeln, das sie kaum verbergen konnten. Harry und Snape setzten sich mit an den Tisch, woraufhin sofort Geschirr vor ihnen erschien. Tja, ich nehme an, damit hast du wohl gewonnen, mein Sohn, sagte Lucius und kramte ebenso wie seine Frau eine Galeone hervor, die er über den Tisch zu Draco schob. Ich gebe dir meinen Anteil später, murmelte Ginny säulig. Er hatte gedacht, dass du ihn besser einschätzen kannst als ich. Meiner Meinung nach war es schon auf der Tanzfläche unübersehbar, auch wenn du dir alle Mühe gegeben hast, die Wette zu manipulieren, sagte Draco mit einem Seitenblick auf seine Verlobte. Worum genau geht es? erkundigte sich Harry stirnrunzelnd. Ach, nur darum, dass ich recht damit hatte, in welchem Bett du die Nacht verbringen würdest, sagte Draco grinsend und Harry hatte Mühe, nicht seinen Tee auszuposten. Hättest du auch gewonnen, wenn er den Rest der Nacht zu Hause verbracht hätte? fragte Severus interessiert, so als wäre das das normalste Gesprächsthema der Welt. Nein, dann hätte Vater gewonnen. Aber ich weiß, dass Harry viel zu anständig ist, um sofort zu verschwinden. Und wie man sieht, hatte ich ja recht. Erwiderte Draco und wedelte mit einer Hand demonstrativ in Harrys Richtung, dessen Mund immer noch offen stand. Tatsächlich werdet ihr euch wohl an den Anblick von uns beiden zusammen gewöhnen müssen. Wir sind sozusagen gebunden. Gestand Snape. Wow, Glückwunsch, sagte Ginny begeistert und auch die anderen gratulierten, wobei Snape sie vertröstete, dass sie die genauen Umstände später erläutern würden. Ja, aber ich würde mal sagen, dass ich dann auch eine Wette gewonnen habe. Heirat innerhalb des ersten Jahres einer Beziehung. Und ein Bund zählt da gleichwertig, verkündete Narcissa geschäftsmäßig. Ja, Sissi, du hast für Recht, gab Lucius zurück und kramte eine weitere Galeone hervor und gab sie seiner Frau. Auch Draco schob eine seiner Galeone zurück über den Tisch zu seiner Mutter. Als auch Severus eine Galeone hervorkramte, um sie der Hausherrin zu geben, fand Harry seine Sprache wieder. Ihr bettet auf mein Liebesleben? fragte er fassungslos. Snape zuckte mit den Schultern. Tja, was soll ich sagen? Willkommen in der Familie. Ende. So, meine Lieben, das war's mit dieser wundervollen Geschichte von Genesis Crisis. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das Pairing erraten habt. Lasst mich auch gerne wissen, ob euch die Geschichte gefallen hat. Snary ist ein Pairing, was ich bisher noch nicht so oft auf jedem Kanal gelesen habe und auf Deutsch noch gar nicht gelesen habe. Aber trotzdem fand ich die Geschichte mega cool und hatte total Lust, sie zu lesen. Und ich hoffe, ihr habt sie auch genossen. Ich hoffe, wir hören uns alle ganz bald wieder. Und wir freuen uns auf einmal jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hoppers mist her.